Auf der Rehacare stellen Firmen aus der ganzen Welt ihre neuen Produkte und Dienstleistungen vor. Wir haben die Aussteller gefragt, warum sie jedes Jahr wieder gerne hier auf die Messe kommen. Weil die Düsseldorfer Messe einfach die optimale Messe ist für uns, um unsere tollen Produkte perfekt präsentieren zu können. Von den Besuchern, die wir brauchen, ideal, da kommt der Fachhändler hin, da kommen viele Betroffene hin und insofern ist das für uns die erste Anschrift. Wir sind sehr gerne auf der Rehacare als Kinder- und Jugendhospiz Balthasar, weil wir auf dieser Messe sehr viele Kontakte zu betroffenen Familien knüpfen können. Wir treffen hier viele nette Leute, machen gute Kontakte und haben auch ganz, ganz viel Spaß hier und deshalb kommen wir jedes Jahr gerne wieder. Wir wollen hier kommen, weil es ein großer Geschäftsführer mit vielen Leuten gibt. Wir können unsere existenten Kunden treffen und wir können auch neue Kunden treffen, potenzielle Bewerber unserer Produktränge. Dass sich Menschen mit und ohne Behinderung begegnen, verschiedene Sportarten kennenlernen, miteinander Sport treiben, sich austauschen, sich begegnen. Das ist uns sehr wichtig und deswegen sind wir jedes Jahr gerne hier und freuen uns jedes Jahr darauf. Ich denke, es ist sehr wichtig, hier zu sein. Es ist die erste Mal, dass wir dieses Gerät auf die Messe eröffnen und die Leute sind sehr intrigiert. Wenn sich Menschen zusammenschließen und zusammen Spaß haben können, dann ist das was Schönes und deswegen sind wir gerne wieder hier. Es gibt uns eine große Möglichkeit, unsere Distributoren zu sehen, neue Produkte zu eröffnen, neue Modelle zu eröffnen und jedes Jahr mit unseren Distributoren zu eröffnen und planen für die Zukunft zu eröffnen. Reacare ist für uns sehr wichtig, weil wir hier unsere deutschen Kunden treffen, aber auch unsere internationalen Kunden, die von jedem Teil des Weltes kommen. Wir sind jedes Jahr gerne hier, um einfach auch den Kontakt zu unseren Kunden zu halten. Hier treffen wir wirklich auch ganz, ganz viele neue Kunden, die wirklich viele Anfragen haben. This is our first time here, but we really like the opportunity to meet all the big distributors all around the world at one place at here. Wir arbeiten ja für schwerstgeschädigte Mandanten und hier auf der Reacare finden wir genau die Menschen und Partner, die uns bei der Unterstützung für unsere Mandanten eben helfen können. Every year we get to meet all our distributors that we work with and it's always good to catch up and show all our new product to them. Dusseldorf itself is always fun to come to, but primarily to meet new people and then to reconnect with our distributors around the world. Untertitelung des ZDF für funk, 2017